Willkommen zu einer neuen Folge von Fortnite. Willkommen zu einer neuen Folge von Fortnite. So, warum habe ich das jetzt zweimal gesagt? Ich habe keine Ahnung, mit Maurice und Justin. Hallo. Achso, beide gleichzeitig, okay. Das ist alles probiert. Alles ist alles probiert. So, wo wollen wir hin? Also, 40 Strings würde meiner Laune entsprechen. Ach, läuft schon. Ich spawne direkt da dran. Ich springe euch einfach hinterher. Ihr seid schon raus? Ja, klar. Einer kommt noch dazu. Zwei, drei Leute. Drei Leute sind noch direkt in der Stadt. Ja, ist so gut für jeden Kill. Brother, Dad, Boss. Einer landet hinterm Fluss. Brother. Da ist noch einer, da ist noch zwei, da sind vier. Fünf Leute. Oh, fünf Snacks. Oh nein. Genug, Alter. Und sechs. Und sieben. Ich habe acht Leute gezählt. Betty, da ist einer drinnen, direkt vor dir. Ah, ich bin tot. Game. Ja, wo denn sonst? Ja, du hast angepinkt. Na ja, guck mal, wo ich bin. Juhu. Wenn ich zusammengeschlagen werde, du. Juhu. So, und jetzt können wir wieder eine halbe Stunde zugucken. Oder auch vielleicht nicht. Alter. So will ich auch schießen. Guck dir den Scheiß an. Nimm mehr. Dafür. Hau den zusammen mit der Axt, dich für mich und Benni. Du hast schon gestorben. Aber der ist schon tot. So, drei Kills hat er schon mal. Das ist der Wahnsinn, ey. So, in der Stadt sind ungefähr vier bis fünf Leute. Macht da vorne ist einer vor dem Haus. Ich weiß. Da oben auf dem Jügel rechts neben dem Haus. Hey, ich sehe dich. Ja, okay. Dann würdest du den auf dem Dach auch sehen. Nee, nee. Nee, meine Augen sind schlecht. Ah, das erklärt einiges. Ah. Oh, guck mal. Da, wieder ein geschnickt. Guck mal. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Aber ein Movement ist heute echt so hässlich, ey. Benni und ich halten auf der Shift-Taste fest. Das ist so dein Movement soll schein zu sein. Wie gesagt, ich sollte mal lernen, damit aufhören. Jedes Mal zu shiften, wenn ich schieße. Mach ich auch, aber immer. Ist halt, glaube ich, nicht gut, ne? Nein, weil wir dann wie so ein Karnickel auf dem Feld sitzen. Halt drauf angucken, ey. Wie denn das war, wenn ich irgendwo hinlaufe und schieße, dann treffe ich auch nichts. Das war's, ich geh jetzt rein. Oh, Norris, der hüpft da rum, ne? Ich, B-Hop. Nein, ähm, Benni, was wetten wir? Sechs Kills, sieben Kills. Ich sag, der macht acht Kills in der Runde. Ich sag, ich war kackt. Sei es jetzt. Sechs Kills. Ja, wohin schießt der denn? Woanders abgebannert, ich hab keine... Ja, meines schießt. Weißt du? Und dann sag ich's mal, der macht acht Kills und stirbt nach drei. Ja, ich wusste doch, ich verklocke. Hey, Leute, da ist noch eine ganze Truppe bei dem, ne? Hey, wo hängen die denn? Ich guck dir einen zu, weißt du, wo einer ein Busch ist. Und der andere tanzt. Komm, Benni, ich muss noch mal tanzen und dann geht's los. Ich freu mich schon, wenn ich ein bisschen... Oh, Level 27 hatte ich jetzt schon. Bin Level 9. Wann kommt denn hier ein neuer Tanz? Level 31, ist das dein Ernst? Wann kriegt man eigentlich den ersten Tanz? Ich glaub, mit dem normalen passt gar nicht, oder? Ich hab keine Ahnung, ey. Du bist auch schon 100, du musstest das mal wissen. Guck, da sieht man schon, wie schlecht mein Aim ist. Ich hab Holz. Ich baue jetzt ein Haus. Ich hab nicht genug Holz. Die tanzen hier einfach alle auf Felsen rum. So, so witzig gestern in der Folge. Benni fängt einfach an zu, wir sitzen in so'n Haus, warten, bis die kommen alle mit Felszünder vor jeder Tür. Äh, ja. Ja. Aus Versehen fang ich einfach an zu tanzen, so, weißt du, so, okay. Und der erschreckt sich einfach bis zum Tode. Ich geh gleich auf die Sonnenbank. Das, das war nachts um zwei, ne, und ich erschrecke mich so. Ich muss so dringend auf Klo gerade, ne? Boah. Bitte, 20 Sekunden hast du noch. Ja, ne, ich schaff's so nicht. Ich muss richtig auf Klo, Digga. Also, Salty ist bestimmt was los, ne? Ja, egal. Komm, ficken wir die jetzt schnell, dann stellst du kurz auf K irgendwo hin und dann ficken wir die. Alles klar. Also, ihr wollt in die Salty Town? Ey, ich geh's oder so direkt wieder drauf. Ich sag's dir. Benni, wir landen mal außerhalb, ein bisschen. Ich geh da oben in die blaue Waffe. Hab keine Waffe, ne, Jungs. Ja, ich geh auch. Alfa, schon wieder tot. Ich kann einfach nicht aimen. Alter, ey, ich fisch scheiße. Egal. Ja, geh aufs Klo, ey, ich camp hier so lange, bis du wieder da bist. Ich komm in der fetten Munnykiste hier nicht lang, Alter. Auf, ne, stirb da jetzt. Kann ich die Raketen einfach auf den schmeißen? Ey, jetzt kannst du mal sehen, wie du... Oh, das ist so kacke. Also, ich hab ne Pistole, weiß du, und ich aim einfach gar nicht gut, ey. Hast du keine Waffe? Nein. Ach du Scheiße, und da oben stand einer und trinkt, weiß du. Der hat mich aber, glaub ich, nicht gesehen. Oh mein Gott, ist der Schell. Geh weg, geh weg! Schmuck, wieso? Kann ich den mit der Pickaxe direkt one-shotten, wenn ich den mal mit dem Kopf damit zertrümme? Nein. Fuck. Du machst immer nur 10 HP Schaden. Also 10 Schaden. Vielleicht musst du 10 mal damit treffen? Aua, tut das weh? Wenn der Rüstungstrank hat, noch mehr. Dann läuft er nach oben. Ach nein, noch einer. Gigi. Kommt er dieses Haus eigentlich bekannt vor? Ja. Das haben wir gestern hier kaputtgespräch. Ja, das ist genau das gleiche Haus. Das ist genau das gleiche Haus. Alter, ich hoffe, die verpissen sich jetzt alle mal hier. Oben müssen, glaub ich, sogar noch ne Pistole liegen. Hoffe ich. Ja, außer der hat sie... Guck, guck. Oh, oh. Munition habt ihr... Weißt du, Hauptsache Munition, aber keine Pistole. Keine Waffe. Legt halt auch nichts rum, Alter. Ja, Gigi. Ja, Grip. Da oben liegt halt irgendwas rum. Ja, Grip, Grip. Alter, ich komme hier nicht weg. Ich habe ja keine Waffe und nix. Vielleicht liegt im Kühlschrank einer. Alles klar. Ich wundere, dass ihr es überhaupt überlebt habt. Ja, ja. Ja, Grip, was soll ich hier noch machen? Ich kann jetzt rein sein, damit wir ein neues Game machen können. Aber der ist ja noch nicht fertig vom Scheißen. Aiden. Da oben hat es ja auch einer reingebaut, Alter. Da liegt eine Waffe. Da liegt sogar mehr als eine. Soll ich es probieren? Was ist das da für eine Brücke? Let's do it. Woll, jetzt hat er Waffen. Jetzt geht die Post ab. Treffe eh nix. Klappern durch. Ich hielt ihn für 1 AP an. Aber ich habe ihn getroffen. Da unten im Fluss gammelt doch safe einer. Ba-ba-ba-da-ba-ba-boom. Jetzt habe ich mal viel Vorteil aufgenommen. Ja, heute am Knoll. Das ist das. Ein Airdrop. Der ist aber schon weg. Nein, der kommt gerade runter. Wenn du nach oben guckst. Aber ich würde aufpassen. Wahrscheinlich sind wir auf welche. Ja, das hätte ich jetzt nicht. Ich habe keine Materialien. Loll, ich kann meine Waffe einfach nicht wieder aufnehmen. Wenn es da werden wir jetzt hingehen zu dem Airdropianer. Ich freue mich nicht. Ja, höchstwahrscheinlich. Ich warte bis die Zone hier ist. Und wenn keiner zu dem Airdrop geht, werde ich den Duden kurz vor die Zone da ist. Ich habe keine Ahnung. Ach ne, der Airdrop wurde, glaube ich, gelootet. Ja. Ja. Und ich habe jetzt keine Nate, um da irgendwie ein bisschen reinzuknallen, ne? Ja, da hätte ich jetzt am liebsten mal... Raketenwerfer. Oh ja. Ich habe halt Schiss, dass jetzt einer von hinten kommt, ne? Ja, die gehen weg. Ja, die gehen weg. Direkt in Panik verfallen. Ich bin alt. Hui! Holy shit! Ich habe keine Baumarschregalien. Ripp. No! Ich verstehe es nicht, warum es so scheiße in diesem Spiel ist. Ich habe halt das gespielt, das Spiel ist so richtig hart-lack-basierend. Ich habe gesagt, gestern diese Mission eliminieren sie vier Gegner mit einer Schrotflinte. Ich habe es in acht Stunden nicht geschafft. Einen! Nomm, 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 nomm. Kommt der jetzt wieder? Ja, der kommt nur wieder, keine Sorge. Dann tanzen wir ein bisschen. Stufe 90, wie das? Lass mal gucken, ob wir jetzt ein 3-2-1 hinfliegen, okay? 3, 2, 1 und los. 1 zu 1. 2, 3, 2, 1. Was je denn? 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 9, 11, 11, 12, 13, 25, whatever. Du kannst ja noch mal auf 3, 2, 1 probieren. Soll ich wieder zählen? Ja mach, mach, mach. 3, 2, 1, klick. Ich hab geklickt. Ja, bei mir tanzt der doch auch. Ist doch so behindert. Das, wenn man Langeweile hat. Vor allem gestern in der Hütte. Er tanzt einfach los, ey. Kann man machen, würde ich sagen. Ja, 5 Leute in unser Haus rum. Wir haben alles mit dem Tier platziert. Er fängt an zu tanzen. Ja, das ist halt, kann man machen. Kann man mal machen, muss man. Für die Gegner schlafen mit Scharfschützengewehr. Wenn du gestern deinen Kill hast, hast du ja noch hochgeladen. Ja. Geschnitten und direkt hochgeladen. Hab ich noch gesehen. Habs auch geliked. Nice. Geil, ich hab ein 150er Ping. Das wird jetzt noch besser für Fortnite. Also ich mich frage, wo in diesem Game die Musik herkommt. Wie sieht der denn so Videorekorder, also so Musikrekorder aus? Und ich hoffe, dass er jetzt mal langsam auf... äh, antanz, ja. Und dann... eitarren zu... Ja. und dann... und dann... und dann... und... Aber gestern, das war schon irgendwie witzig. Ja, ich glaube, ich bin heute Abend auch noch mal so lang online. Ich habe tatsächlich gestern gedacht, dass wir Freitag hätten. Aber gestern war Donnerstag. Ja, und? Und ich dachte, wir hätten schon gestern Freitag. Und deswegen dachte ich, dass mein Kollege gestern bei mir schon schlafen sollte. Aber bald Freitag und heute ist Freitag. Also kommt der heute? Ja, also wahrscheinlich. Ich habe es trotzdem irgendwie mit dem online. Was macht der denn da, ey? Mega lange auf Klo sein. Strick der sich da jetzt noch sein Klopapier oder was? Das ist ja falsch. Erinnere Gegner, zehn. Oh Gott, wir müssen das Moment ja nie schaffen. Ja, nicer, nicer. Zehn, Gegner eliminieren. Ach, das mache ich doch in einer Folge. Ja, easy. Ich glaube, da kommt jemand wieder. Echt? Oder hast du das Headset gerade abgesetzt? Nee, aber wahrscheinlich dagegen kommt. Ja, okay, das erklärt das Rauschen. Rauschen. Okay. Soi, 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 soi. Mein Typ hat gleich keine Ausdauer mehr. Was? Ich sag's dir, wir können safe jetzt noch zu zweit zocken. Wir sterben eh, dann ist der wieder da. Sollen wir starten, bis der wieder da ist? Und jetzt schlum mal, ich geb dir noch. Fabianic. Und jetzt schlum mal, ich geb dir noch. Und jetzt schlum mal, ich geb dir noch zu zweit 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 zu zweit. So, auf, ich klicke dauerhaft jetzt durch und du steigst irgendwann ein, okay? Am Ende des Panzers steigst du direkt mit ein. No! Schade. Na, jetzt machst du weiter, ich steig direkt ein. Klick einfach weiter drauf. Du, 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 du! Du, 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 du! Huuuuu. Schade. Und weiter geht's. Steig gleich wieder mit ein. Nein, ich steig gleich wieder mit ein. Ja! Ist doch synchron, was willst du denn? Ist nicht synchron? Bei mir schon. Okay, mach gleich weiter, ich steig wieder mit ein. Na ja. Ha! Oh, fast! Ja, blöd. Platsch, platsch. Na ja, das war viel zu spät. Mach du mal weiter, ich setz mal kurz eine Runde aus. Der legt mich doch am Arsch. So, da sind wir mal wieder, nach tausend Jahren Abstinenz. Ich sag dir, sobald wir aus dem Bus ausspringen, hallo. Der Junge hat sich aber nicht mehr zurückgemeldet, deswegen machen wir jetzt ein 2 vs. 2, äh ein 2 vs. 2, genau, ein Du. Oh, ich glaub. Darum liegt mir Lina einfach fast meiner. Ne, meiner. Lernen muss gezielt sein, mein Freund. Zielen muss gelernt sein, nicht lernen muss. Ja. Lernen muss gezielt sein, alles klar. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo springen wir raus? Ja, da oder? Wo? Ja, ja, ja. Wo? Ja, ja, ja. Da, da, okay. Du springst grad voll in den See rein. Ne, ich muss ja auch noch gleiten, ne? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Mach's einfach wie ich gestern, klatsch halt voll vor den Berg, ne? Ja. Ja. War ja auch beste bei dir, ey. Ist hier noch jemand? Ich sehe keinen. Ich habe insgesamt ne Waffe. Brauchst du hier gerade was ab? Ja. Ich hab sogar schon Trank. Das ist cool. Ich hab ne Waffe. Ja. Ja. Ich hab ne Waffe. Ich hab ne Waffe. Wenn du ne Waffe brauchst, sag Bescheid. Ich hab ne Shotgun. Ich hab nen Trank. Ich hab nen Trank. Geben wir uns mal rein, das Zeug. Kann ja wieder nur schön werden, ja. Drogen. Drogen sind umspart. Das ist das Fußballfeld. Hier spawnen meistens zwei Cases. Hier ist ne grüne Waffe. Hier liegt... Ich hab ne grüne Waffe, wenn du eine brauchst. Ach, ne blaue. Wir können Fußball spielen hier hinten. Er will halt einfach im Krieg Fußball spielen. Oh, ne goldene Schalldämpfer hab ich. Sweet. Ey, jetzt haben wir nicht, dass hier nicht eine Case gespawnt ist. Gestern waren hier zwei Cases. Ja, heute Morgen auch. Ja, heute Morgen auch. Und zweimal war ne goldene Waffe drinne. Ja, die ist halt ein bisschen Anlag. Aber ich hab die Folge gestern doch abgebrochen, weil's hart scheiße liegt. Bin instant gestorben immer. Hier ist noch ne Munitionskiste. Hier können wir sogar Fußball spielen. Das sagtest du schon bereits. Was war da? Was war da? Was tut das? Er ist mein Freund. Richtig hier. Ich hab so viele Waffen, aber alles irgendwie scheiße. Wie kannst du das so sagen? Weil es richtig ist. Warst du in der Tankstelle schon? Ja. Lass mal ein bisschen Holz mitnehmen. Oh, die Zone, wir sollten uns mal in die Zone bewegen, ne? Ja, ist gut. Noch ist ja nicht schnell, noch ist sie langsam. Ja, ich will trotzdem schon ein paar Baumaterialien mitnehmen. Na, kannst du doch. Ach, du bist schon runtergerannt. Blutiert mal die Gartenhülle. Ich hab zwei große Medikits. Das ist geil. Ich nehm mal ne Shotgun mit hier in ihm. Die Zone kommt trotzdem. Oh Gott. Das ist natürlich jetzt, ne? Ich muss zehn Leute eliminieren. Mal gucken, wie wir das machen. Eine goldene USP. Eine goldene USP, okay. Okay. Man merkt, dass wir zu viel Counter-Track gespielt haben. Hey, ist ne goldene USP. Weiß das Ding hier auch so? USP? Ja. Ach, nice. Schnell gedämpfte Pistole ist aber ne USP, Alter. Ja, ich sag auch USP, Alter. Hildertown wird natürlich halt jetzt sein. Wir sind in der Zone, wir könnten warten, bis sie sich aus der Stadt wieder alle, ne? Verdünnisieren. Oder wir bauen uns halt schnell rüber, ne? Auf irgendein Gebäude rauf. Da liegt irgendwas Lilanes. Von wo, Benni? Keine Ahnung. Ich werd beschossen. Ich werd hier beschossen. Ich werd hier beschossen. Die bauen sich da oben auf dem Haus was auf. Ich bin hier schon unten, ne? Ja, ist wunderschön. Er baut sie, er, die Zone kommt schon übel nah und ich bin außerhalb, Alter. Da oben öffnet einer dauerhaft die Tür. Ich hoffe, ich werd hier gleich nicht überrascht. Oh mein Gott, bist du los? Ja. Hätte ich den Vordereingang genommen, wäre ich gegriffig gewesen. Oh, also wie kommst du nur da drauf? Hä? Wie kommst du nur da drauf? Also hier wurde anscheinend noch nicht gelootet, wie es aussieht. Was du hier im ersten Stock? Ja. Du öffnest doch grad die Tür, ne? Ein airdrop. Wo ist jetzt? Oh, die Zone ist vor uns. Ja, aber wo ist der airdrop? Ich guck raus und seh nichts. du hast doch gerade wieder geöffnet oder baut einer vor mir da ist der leuchten busch scheint allein zu sagen doch zu zweit sind direkt vor mir wenn ich kämpfe gerade also du bist dass der gerade am kämpfen ist ich habe einen auf jeden fall schild weggeballert der typ ist auch tot wenn er nicht geheilt wird verreckt er auch sein mait halt ihn sein mait halt ihn hat ihn fast wenn ihr einer zeit tot ja scheiß der wurde geheilt da wo ich da wo du eine ramp hoch gebaut hast ja genau da haben die sich irgendwo eingebaut seit jetzt geheilt ist aber weiter gegangen links von dir sind da drinnen ich muss gerade einer von denen ist halt tot also der war auch schon fast tot er wurde nur wiederbelebt ich weiß wieviel leben man da noch hat ich bin nicht viel ach schade du hast den Fernsehen nie wenn die dich verfolgen ein so ohne Auf die Kiste, die Zone Ich weiß, Alter, ich will doch nicht an die Kiste, Mann Alter, Schwede, ey, chill doch mal Also hier wird gefeitet Und der, ja, Zone Ich scheiße auf die Zone, wenn hier gefeitet wird Einer von denen hat einen Raketenwerfer Leck mich Unter den Top 15 Nix gemacht Die Zone ist nicht so weit weg Oh, das hier Depot ist Ziemlich Im Visier Geht Ja, geht tatsächlich so Vor mir Wo ist denn lang? Da, vor mir Genau da Hätte ich einen Scharfschutz Da war das jetzt anders hier Oh, da hat einer einen Minigun Ich hab dir gesagt Einer hat einen Raketenwerfer Und mit dem hat er mich auch abgeknallt Sein Mate hat sich tot Halbtot Die sitzt da um Auf dem Berg drauf Oh Gott, Alter, ich fresse ein Besen, wenn ich hier Top 5 oder zu kommen Das du Die sitzt da um Auf dem Berg drauf Ja, alles gut, ich weiß, ich höre es hier Ich war da auf deren Treppe Wir hören nicht, glaube ich Wir haben andere Sorgen, mein Freund Komm, Benny, einer noch, dann bist du Top 5 Da hat wohl einer keine Rüstung mehr Nein Habe ich denn überhaupt Mal was, irgendwas gedrückt? Nö, wahrscheinlich nicht Oh, nein, der hat noch 3 AP Ist dein Ernst, Alter Komm, eins machen wir noch, Benny Den einen hab ich sogar fast gehabt Schade, aber Top 5, ja Ja, und dann hat der andere mich mit seinem Raketenwerfer weggeknallt Tschüss Schade, ja Oh Gott, Alter, die hättest du so witzig bekommen Ja, da war, ne Aim, Fortnite, Benny nicht da Also Benny schon, Fortnite auch Nur das Aim nicht Alles klar Hier läuft einfach nur ne Axt rum Alles klar Ja, hab ich auch Manchmal Wärd traurig, wenn du nur so ne Wärd sogar so ne Invisible trank Unsichtbarkeitstrank Das wär ein bisschen OP, aber jo Na, das heißt, die Waffe süß Komm, Benny, wir tanzen Komm her, wo willst denn du? Tanzkurs So, du bist am Axt der Welt Da, 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 da Puh, ja Du springst mal raus Ja, du hast doch angepingt Er hat das hier gemacht Ah, da raus, okay Ja, keine Ahnung Lass mal hier Die Farm Lass mal hier 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 Oh, da sind zwei, drei, vier, fünf, sechs andere. Auf der Farbe? Ja. Die drehen ab. Echt, tschüss. Ich bin ein Sniper-Tower hier. Ja, ich lande direkt mal hier neben. Schon mit Waffen am Start. Jo, ich habe auch direkt eine Waffe. Nein, ich lande halt mal nicht auf dem da. Nein, au. Oh, okay, ich habe auch gezogen bekommen. Okay. So, mit Freude. Vor mir ist einer, ne? Danny. What? Ach, du baust hier gerade ab. Oh. Die ist irgendwo noch, die ist noch irgendwo in der Case. Ja, die ist hier. Was ist drin? Warte, dann muss ich erst mal hinkommen, ne? Ich habe sie. Oh, lol. Goldene Waffe. Nice. Rotflinte, die goldene. What? Oh Gott, das kann ja immer mega geil werden. Eine goldene Schrotflinte ist natürlich GG. Dass wir dann auf einen Fernkampf kommen und ich eh keinen Aim habe. Ja, gut, mit einer Schrotflinte brauche ich keinem. Einfach nur schrotzen und gut ist. Oh! Ich bin zu groß. Wieso kann ich denn nicht schießen? Benni, wieso ist hier einer? Der hat die goldene Schrotflinte. Der hat die goldene. Ja, GG, Alter. Nice one. Eine machen wir noch. Ah, eyla. Der kommt aber echt nicht wieder. Naja, das ist halt so, wenn der mal weg ist, dann ist er weg. Das ist geil, ne? Wundern wir. Der hat halt einfach eine goldene. Egal welche Waffe ich habe, die ist für die Gegner for free. Ich brauche mich nur angucken und ich fall tot um. Die meisten spielen das aber auch eine Kontur, oder? Ja, das sollte ich auch mal machen. Wenn du mit Controllers komplizierter, oder? Eigentlich nicht so. Wo wollen wir hin? Portibus, Portibus. Wo wollen wir denn hin? Lucky Landing, da waren wir das letzte Mal, da hatten wir nichts. Wie, da hatten wir nichts. Hä? Wo ist das? Am anderen Ende der Karte. Achso. Wenn du dein Ziel setzt, springt der da automatisch raus? Nein. Ich fände es ganz gut, dass da jetzt so viele sind. Siehst du noch irgendwen? Einen? Einen, der geht da direkt hin. Zwei? Ja, ich gehe in dieses chinesische Kung-Fu-Panda-Haus, so nenne ich das jetzt mal. Wir haben jetzt zwei Kandidaten. Gehen die direkt in die Stadt rein? Yes. Ja, ich bin außerhalb in so einem Haus. Ja. Halleluja. Mal. So. Ja. Ja. komm mal zu dir, ich hab das Haus gerade gelugt und du bist direkt in der Stadt ja auf jeden Fall bin ich in der Stadt, da habe ich jetzt ernsthaft die goldene Truhe abgebaut ja gg bin ich ich hab halt nur Schrotflinten, also ich bin halt nur von Nahkampf gerüstet ich hab noch nicht meine Waffe ich hab auch das Gefühl dass ich gleich hier weggepöller werde da ist noch eine goldene das ist eine goldene Waffe wir sind ein bisschen weit weg von der Zone oh nein mach kein scheiß wie viele? einer, hab ihn da ist noch einer hab beide nein was? das geht aber ab hier ja, alles gut aber ich hab mich als Aufnahme wow weißt du, toll ich hab's auch nicht drauf, weil ich nicht auf den in der Nähe hm alles klar, ist ein bisschen weit weg, ja ja, lauf mach ne ne, ich lauf nicht nur meine gute Waffe ist leer, meine grüne Waffe ist leer ja, zwei Kills ist schon geil ist aber auf jeden Fall schon mal ne epische da hinten links liegt noch ne grüne ich hab Waffen da ist einer gestorben oder? wo? ne, alles gut ja, wir sterben hier auch gleich ne diesmal sterb ich nicht ok, das war schon geil zack, Movin's weg ich hab ne epische Ska das ist gar das ist gar stumm so ein Autotacker wäre halt OP, ne und da gibt's auch ich hab noch 73 HP war automatisch stumm gewährle glaub ich weiß das hab ich gerade ein ganzes Duo ich hab grad ein ganzes Duo ausgestalten ähm ähm ich bin sehr stolz auf dich mein Freund erstmal eigentlich deine Kills das war ein bisschen Holz zum Baum so, du kannst das Haus weggeböllert jetzt lauf du, ich weiß es brauchst du mir nicht zu sagen aber die Zone ist oder so langsam also daher, wir kommen sogar so weg Mac ruf du 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 wir sehen jetzt bei schiffen muss man jetzt wieder aufpassen hier liegt noch eine blaue waffe also entweder passiert hier ist jemand wurde gebaut hier liegt halt noch gut ja aber das ist halt nicht so gut schiff wie coming to you also ich denke mal es wird alles so hier ausgetragen werden gut möglich trotzdem passiert auch wenn sie in stadt kommen ich gehe auch nicht in die stadt aber trotzdem außerhalb ist dom eine case drin du willst direkt da hoch ich bin tot ich hab doch gesagt pass auf die pass auf das ist bei dir hinter dir gewesen aber jo wahrscheinlich ich nur ja noch eine es geht also noch eine ist das dein ernst ja noch eine ich sollte mich die ganze zeit immer noch aufnehmen aber jo ist jetzt netze aber du nimmst immer noch auf ich hab meine zwei schrotflinten kills zumindest schon jetzt brauche ich nur noch zwei ich glaube das waren meine höchsten kills in einem match zwei ich glaube ich werde noch aktiver fort mit spielen wenn ich einen neuen pc habe also macht das echt nur wenig sinn das fragst du jedes mal ja vielleicht hast du eine idee direkt in der stadt okay das müssen weiter weg da werden vielleicht trotzdem einige hingehen da werden ja auch welche hingehen da zu viele sind ja ok aber die stadt ist groß oder da sind auf jeden fall schon zwei drei vier fünf wenn wir noch abdrehen in die fabrik rein wie es hat schon mal ein schildi das war schneller das zeug und dann juckeln schlucken jetzt viel zum schlucken oh ne blaue schrotfleck drin das ist doch heilig schlecht ich habe einfach zwei cases an einem ort gefunden ich wundere mich gerade dass hier keiner ist war überall nur scheiße drin das ist bei dir jemand ich höre nicht jawoller schaufschüssen hier ist einer bei mir drin oder draußen 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 der kommt zu dir rein ja das bist du hier wenn nein doch vor mir da der ist hier bei mir im nummer die andere türo ab die vor dir die könnten auch noch von oben kommen ich würde überhören wenn die abbauen erst mal ich weiß er ist alles halt ich habe hier alles gelootet werden hier nicht geht geht rein hohe 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 ja ne nicht gekillt niedergestreckt das ist ein mate der wird jetzt geheilt ne ja dann hat 5 hp ne ne ich bin tot ala ja so die waren beide fast down Alter, komm Wieso sterben wir bei einem Wie viel Uhr haben wir? 15.30 Eine Mach ich noch Boah, Alter, ärgert mich das Die hätte ich beide bekommen Ich sag tschüss Ciao